Oh, wie war es eips denn, Alter? Willkommen in Frankfurt. Mein Vermieter hat die Bude so halb fettig hinterlassen. Ein Setup. Hey, hock ich mich hier hinten mit auf die Couch. Wir haben ja den Kackfleck. Telefon aus der Wand gerissen. Ich weiß nicht, ob ich davon halt das soll. Der Typ, der die Wohnung hier gebaut hat, hat sich anscheinend vermessen. Hier ist noch ein bisschen die Sojasauce vom Vorvermieter drin. Die Mikrowelle. Ich glaube, ich muss jetzt mal ein Steak machen. Kräutermutter. Ist auf jeden Fall tot. Ich habe nichts falsch gemacht. Neues Zimmer. Föhn, Dusche, Toilette, Bett, Küche, Esszimmer und Wohnzimmer. Ja, wow. Weil in diesem Video der Jannik Geburtstag hat. Also, ist noch ungefähr ein Monat. Ich habe schon eine sehr schöne Geschenkidee. Kommt mit. Ah, schön hier riecht es überall nach Gras. So wie ich es mag. Das ist halt die Mitte im Großstadtdschungel hier. Guck dir das an. Hier gibt es den guten Scheiß. So, die Tüte ist voll. Aber das was drin ist, seht ihr später. Ja. Zeig mal den Fett. Du Hurensohn. Drei... Wir sind gut versorgt. Wir sind jetzt ausgestiegen. Und jetzt kaufen wir uns hier erstmal... Weißt du, du gehst hier auf Verkehrsgrund, ne? Du gehst hier auf den Queers. Du bist jetzt schwul. Wer hat dann einen herzlichen Glückwunsch. Dann sind sie jetzt offiziell schwul. Wir wollen die eigentlich nachprüfen, ob die schwul sind. Also, das ist jetzt Köln. Ja, wo hast du eigentlich den Einkaufswagen her? Pack den mal hier. Also, wir haben mit den 3kliks Philipp. Hier einmal der YouTube-Kanal. Das ist schon krass, dass wir da den Philipp gesehen haben. Das ist das gute Stück. Hier ist das Frühstück. Der Gastgeber ist ein sehr netter Mann. Mikrowelle. Brett. Wasser. Kühlschrank. Oh! Waschmaschine. Zeichen. Das ist die gute Karte. Da ist sie. Da ist sie, Typ. Die Lancus Arena. Fabi, bist schon halb? Ja. Alter Schwede, ey. Das ist die Firma. Der Frau, die sind für die Stimme. Da sind die Verstands gefangen. Ja, Perfekt. Das ist schön. Wir wollen dieisten, dass sie dann für ein Schatz gemacht hat. Der Frau, die Stimme betreffen. Und den Frau, die Stimme der Karte. Und den Frau, die Stimme der Karte. So, wir haben jetzt hier den Absturm. Das war jetzt der erste Tag. Wie fandet ihr es? Boah, war schon sick, Alter. Fick dich. Fabian tun wir uns jetzt richtig hier behacken. Boah, hier mit dem starken Tee, Alter. Boah, übertreibst du, Alter. Let me be clear. Der Fabian frisst hier sein Brot mit Leberwurst und macht jetzt seinen Käse auf. Ich krieg doch eh nur Müll raus. Rose vorbei! Freunde, hast du's drauf? Schade. Ich hab doch ein paar! Eine noch! Eine noch, okay? A big choice of doing that for you! Ohhhh! Pass auf den! Komm, komm, komm! Lies, blies! Ohhhh! Ohhhh! Nein! Du wirst nicht allein jetzt werden! Ohhhh! Scheiße wieder! Pfi! Woo! Ohhhh! Jetzt überras ele! emoativ! Pass auf fest du dann ganz bekommst! Oohhh! Two! Das war diese Fehler! FAPPEN! So, wir kommen zu Tag 3, der Penner sieht fresh aus mit der 50 Quadratmeter Stirn. Diese Farbe sieht wieder aus wie ein Kobold. Ich habe die schnelle Brille. Das letzte Spiel, hast du auf der Stirn? Oh ja. CS Office. Muss. Das war die letzte Spiel. Und die Team! Das ist die richtige Beine. Und die Team! Das ist die richtige Beine. Das ist das richtige Beine. 2,8-1-3 2,8-1-3 2,8-1-3 G2 Manifest 3 Aussipht Oi 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 Hey Bachelor The leadest marathon I ever made Aloo You seed , my needs Die AEM ist jetzt vorbei, Gott stehe uns bei, Jesus Christ himself. War auf jeden Fall geil in Köln. Braut nicht nochmal hin. Eigentlich scheiße hier in Köln. Scheiße, ich mach ja selber. Die fuck. Du bist froh, dass wir kein ABG sind. Schau dir das doch mal an. Ich frag mich nur wieso. Fackling, unser Kippenstrex wird halt auch nicht passiert. Drei Pizzen, Energy & Spezi, vier Bier, Wodka. Hier ist meine Lieblings-Boy-Group. Es ist BTS. Ich hab schon eine sehr schöne Geschenkidee. So, wir haben jetzt ungefähr vier. Ungefähr vier. Und du hast einen neuen Geburtstag. Wolltest du auf deine Geschenke, die ich dir gekauft hab? Nein. Er weiß doch noch gar nicht, was er kriegt. Fack aus den Schinken. Für die dicke Sau. Carolina Reaper. Willst du mich umbringen? Schau ab. Was ist das? Alter, ein riesen Oschi. Das ist doch auch ein fettes Zeug man. Ja, Mann. Fartarts. Fart Sprungie Cookie Dough. Noch mehr Fartarts. Das erste, was ich seh, ist ne fucking Banane. Ey, ey, ey. Die Banane hab ich doch voll, äh, gestern voll noch reingeworfen. Eingeworfen. Oh, Bud Light. Fanta Pineapple. Oh, du Scheiße. Oh, das weiß er. Das geht natürlich gut. Pale Ale Moosehead. Oh, H&M. Hitler und Martin. Ne, ich wollte raus schnell. Oh, damn. Steht ihr aber? Das ist die Wartung auf die ich. Oh, hab ich in der Box 40mm Schrauben bekommen? Ne, wer ist das angeholt? Ja, das hat natürlich. Ihr kriegt keine einzigen ab. Ach du Scheiße. Ich bin 22. Das ist viel zu alt. Was hast du da noch? Baseballschläger-Piñate. Die gute Vase von der Oma. Aua. Das ist mir überhaupt nicht rausgelaufen. Busser. Busser. Top Geburtstag, oder? Der Paνοhär. Ok. Und hier, los haben es wichtige crise monster.